Willkommen am Ziel ihrer Träume. Weit weg vom Alltag und doch zu Hause. Perfektion, die eine einzigartig klare Sprache spricht. Die Tabat-Luxusklasse, der Cellini. Heimkommen und mit allen Sinnen genießen. Individuelle Exklusivität gepaart mit elegant abgestimmten Details, die beeindrucken. Hier ist Raum für kulinarischen Anspruch. Auch geschwungene Küchenflächen, profigasiert und Soft-Close-Schubladen sorgen für Genuss pur. Den Abend exklusiv ausklingen lassen. Mit der dimmbaren Ambientebeleuchtung und dem Media Board für Entertainment vom Feinsten. Umschmeichelt von der Bodenheizung und warmem Licht. Druckvoll, doch geschmeidig fließt Wasser wie ein Bachlauf in den Designer-Waschtisch. Mit fünf Zonen Kaltschaum-Matratze und einstellbarem Kautschuk-gelagertem Lattenrost. Eintauchen in die Traumwelt. Träumen vom nächsten Tag im Meisterwerk der Exklusivität. Dem unvergleichlichen Tabat Cellini. Dem unvergleichlichen Tabat Cellini.